Hey Maya, was ist denn? Das war eine echte Idee von dir, dass wir mit den Pferden hier draußen übernachten. Ja, ich weiß. Und außerdem ist das ja noch nicht gewohnt. Er ist ja erst der dritte Tag, der er bei uns auf dem Hof ist. Ja, da hast du recht. Aber was sollen wir essen? Pilze sammeln? Ja, okay. Super Idee. Oh, hier ist ja schon einer. So, ich mach ihn mal ab. So, ich hab ihn hier auf diesen Rasteller gelegt. Soll ich noch mehr suchen? Ja, mach das. Okay. Nachdem er ein paar Pilze gefunden hat und wieder im Lager war. So, ich bin wieder da und hab welche gefunden. Wie findest du's? Sieht ganz gut aus. Ja, find ich auch. Oh Mann, wir haben ja schon alles aufgegessen. Ja, voll böse. Aber lass uns jetzt erst mal ausreiten. Okay. So, die Pferde sind aufgesattelt. Und wir können jetzt eigentlich los. Ja, okay. Die Karte hab ich auch schon. Okay. So, komm. Kommst du? Ja, ich komme. Hey, nicht wälzen. Oh Mann. Die Pferde sollten sich nicht wälzen. Ja, du hast recht. Was sagt die Karte? Weiter geradeaus. Okay. Als sie eine Weile geritten sind. Hey, Maja. Was denn? Da vorne ist eine Höhle. Cool, oder? Ja, lass mal hin. Okay. Komm. Fein. Kommst du? Ja. Bin schon da. Wuhu. Was haben die Pferde? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ahnung. Er. Er. Nein! 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 Aua! Oh nein! Wo ist Maja? Maja! Maja! Nein! Oh, Atlantika, jetzt ist kein guter Zeitpunkt um sich zu selten. Hilf uns! Ja, helf mir doch! Komm! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Ganz ruhig! Oh, das tat weh. Glaube ich dir. Setz dich erstmal richtig hinten. Ja, mache ich. So, das war jetzt unertwartet mit dem Wolf. Echt mal. Wir sollten zurück zum Lager. Ja. Ja, okay. Am Lager angekommen. Endlich wieder da. Ja, da hast du recht. Komm, satteln wir erstmal die Pferde. Ja. Ja, super Idee. Hey. Lass es schaffen gehen. Okay. Autsch. Am Neck. Morgen. Uuuh. Mann, bin ich müde. Ich mache jetzt erstmal Frühstück. So, erstmal krasse Glucke. Also, Frühstück wäre gemacht. Die Karte ist auch noch da. Gut, jetzt gucke ich mal nach den Pferden. Hm? Warum steht Atlantica denn da so komisch? Egal. Guck mal. Ist sie nicht ein bisschen dicker? Was sagt die Karte? Komm mal her. So. Dicke. Boila. Dicke ab. So, deine Decke habe ich jetzt abgemacht. Ich finde, du bist ein bisschen dicker geworden. Hm. Wahrscheinlich habe ich dich nur gefüttert oder so. Egal. Jetzt mache ich dir die Decke wieder rauf. So. Ach, mein Atlantica nicht wälzen. Egal. So. Wieder ab. Egal. Ich weg jetzt erst mal Maya. Egal. Maya. aufstehen ja gibt's essen klar essen ist schon fertig wirklich kann man war das lecker ja ich wollte morgen bei den pferden und atlantica ist irgendwie dicker geworden vielleicht hast du sie ja über fressen über hat sie sich überfressen dachte ich zuerst auch aber dann habe ich ihren bauch abgetastet und da war es fühlte sich irgendwie so komisch an vielleicht ist sie trächtig was aber das ist ja ein hengst das kann theoretisch sein da kann es egal ja warte wie lange sind englische vollblutstuten eigentlich trächtig zwei wochen wir haben die zweite woche das heißt vielleicht bekommt atlantica heute oder morgen schon die fohlen ja das kann sein ja oh nein das kam von der koppel ja atlantica was ist mit atlantica warte geh mal rein oh man ich glaube sie bekommt jetzt die fohlen was nein der süße so die decke kann sie anders ja ok als das wohin da war süße du hast es geschafft oh man das folge ist so süß ich taste es jetzt mal ab ob sie gut geht ja dem folgen jetzt gut lassen wir erst mal eine ok oh man spürt ist jetzt vater ja das ist voll cool ja echt mal wollen wir wandern ja ok komm kommst du ja ich komme da da als sie ein stück gewandert waren guck mal maria was ist denn hier eine wild fette erde ja ja cool wen fängst du ein ich fang die große stute ein ouch haha ja haha lach nur wartest du hier ja noch mal ta jetzt trennt sich erst mal richtig auf mal ja ich hab sie cool komm ab zum lager beim lager endlich wieder da ja endlich ich packe jetzt mal meine trenne weg macht das ich bringe sie auf die koppel ok komm endlich nicht abhauen endlich auf der koppel ja holst du den fohlen von atlantika meine decke ja mache ich das ist voll toll dass atlantika ein fohlen hat mann wo bleibt maria denn gut ich zieh sie dem fohlen an fertig über den zaun die sind echt süß zusammen ja da hast du recht wollen wir schlafen ok gute nacht so das war es jetzt auch mit dem video das war die dritte folge von der neue und ja vielleicht gibt es noch eine vierte ich weiß es auch ich weiß es noch nicht und das mit dem halt in dem video mit englischen vorbildern dass sie nur zwei wochen trächtig sind stimmt natürlich nicht nur weil die sind ja eigentlich alle stunden sind die eigentlich gleich lang trächtig als zwei monate die elf monate oder zehn ich weiß es nicht auf jeden fall können die ja nicht die beiden keine elf monate da campen deswegen habe ich mir es halt einfach ausgedacht ja bis zum nächsten mal tschau